Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen in Let's Play Modern Warfare 2. Teams haben sich geändert und Oli ist nicht mehr Arne, sondern Arne ist Arne. Ja, ich bin mal wieder... habe ich mir entschlossen auch mal wieder zu spielen. Und der Gast-Kommentator OliNator. Der gute OliNator-Kommentator. Der OliNator-Kommentator. Nein! Nein? Warum nein? Ich hab's gewurzelt. Ich hab ihn... du saß... LOL! Nice, Dennis. Natürlich bist du jetzt wieder mit Max und einem Team, wenn ich nicht da mitspiele. Unten! Nein! Dennis! Was ist denn für eine Waffe, da hast du nach einem Schuss... Alles, oder hab ich einfach nachgeladen? Dennis! Ja, sehr gut! Aber wieso war ich jetzt schon alle? Er hat nachgeladen, einfach so! Nein, Schnellfeuer. LOL! Nee, musst du schnell auf Waffe wechseln, damit ich weiterfeuern kann. Max, ich bin auf R gekommen einfach nur. Nee, er redet doch mit Oli, nicht mit dir. Äh, mit Arne. Nee, wie auch immer. Ist doch Wurst, ich bin auf R gekommen. What the fuck? Hä? Hab ich jetzt grad gehört? Ja. Ja, hab ich. Komm, das war doch geil. Ah, naja, Dennis ist auch bei den Bananenlingern gewesen. Bei den Bananenpflanzen. Bei den Bananenpflanzen. Also, bei den Bananenpflanzen. Einer ist ja aufm... Einer ist ja aufm... Einer ist ja aufm... Einer ist ja aufm Dach bei B. Ich bin ganz so mega verwöhlt, wa? Bin ganz so mega verwöhlt, glaubt ihr gar nicht. Ich brauche mich. Ich brauche mich. Ich brauche mich. Brains? Ja. Dennis? Ja. Mann, was springst du denn da hoch, du Spacko? Wer ich? Macht man doch nicht. Das war bei mir immer auf E vorher. Ja. Die Bombe wurde platziert! Der ist weg. Oh, lol. Ja, geil. Weil Dennis sich wieder so völlig bescheuert läuft, einfach nur. Es ist unglaublich. Bar jeder Logik. Banal jeder Logik. Dankeschön. Der ist unter der Treppe. Unter der Treppe. Na drauf. Ja, ja. Komm, Dennis. Na ja. Ja. Du Tier. Erstmal schöne Granate rin geschmissen in die Lücke. Dennis, greife ich einfach nicht. Ich brauche mich nicht drauf klar. Ich kann gegen unlogische Leute nicht spielen. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Es ist so unlogisch, dass es schon wieder funktioniert. Das ist das Schöne daran. Ja, sorry Max, da kann man zwei auf einmal noch. Ja, kannst Dennis machen. Ist ja nicht Dennis. Aber ich habe mir noch einen geholt. Jochex- Wir haben die Bombe. Wir haben die Bombe. Scheiße, Nickels war drüben Auf dem Dach noch Ja, wenn die Tastatur nicht so billig ist, wie ich es kenne, dann komme ich auch nicht klar Aber jetzt geht's wieder Hab ich es eingestellt Wenn du jetzt fragst, wär's lustig Max, ich hör was Noll Noll Nein Hatte Taktikmesser gehabt, Maaan Ach, hä? Schön Aber schlecht geschossen Ach noll Ich dachte, da wär irgendwas hinter dir runtergefallen Ja, ich dachte auch Ich dachte, du wärst schon tot, Nickels Ja, klar Max, das konntest du einfach nicht wissen Scheiß einfach drauf Oh Gott Oh Gott Hallo, Nickels Oh, ernsthaft Olli, du hast grad nicht geguckt Olli, du hast grad nicht geguckt Du bist doch ein Idiot, Olli Du hast grad nicht geguckt, was Nickels grad geiles gemacht hat Er wollte mich messern und ist rechts ins Bild bei mir reingelassen Nee, ich bin von oben runtergefallen Weißt du, hier auf einmal seh ich so eine Hand Noch besser, Arne Ich bin von oben runtergefallen, deswegen war ich auch schon eigentlich zu rot Ja, du wolltest mich messern und hast daneben gemeistert und ich hab gegen deinen Arm geschossen Ja, naja, weil ich da runtergefallen bin Du bist halt sozusagen in mein Bild reingelaufen Du bist halt sozusagen in mein Bild reingelaufen Ja, weil er runtergefallen ist Ja, weil er runtergefallen ist Schon wieder Ah, da ist einer Jan ist im Barbershop Gar nicht, gar nicht Oh, er sitzt da jetzt ernsthaft in der Ecke da Nein Da war er schon hinter mir Er ist hinter der Ecke beim Barbershop Achst du machst das, ich seh es kommen Ja, wenigstens einer Spüre es im Darm Hättest du wenigstens mal gegen den Türrahmen werfen können Hässig Dann hättest du dich wenigstens nicht selber erwischt Das ist richtig Was laberst du? Was laberst du? Oh, Oli hat meine ganze Tastatur voll geschwitzt Habt ihr doch keinen Scheiß? Iiiiiiiiih Ich hab den Sessel gefurzt aber nicht, dass er das dazu ist Er geht sogar zu, dass er beim Sessel noch furzt dazu Ja, jetzt gehört er dazu Wir haben die Bombe Ja Breit reingedrückt Ja Merkst du es richtig angewärmt hier Richtig tief Hab ja gesagt, ich spür es am Darm Tiefenwärme Brandenburger Luft Branden Spass Und unergründlich Max, setz dich doch dahin, wo du das beides sehen kannst Die Bombe wurde platziert Doch, gerade Nein Sieh ich Ey, die waren alle auf Kopfhöhe Ja, ich dachte, er wäre auf der anderen Seite runter Die waren alle auf Kopfhöhe Jeder Einzelne Pech kann man denn haben, bitte Aber okay Ja stimmt, die Couch fängt ja alle Schüsse ab, hab ich ja vergessen Das ist ne gute Couch Couch ist gut Hier in den Slums fixen die besten Couches Jeder braucht ne Brücke auf der Couch True Story Das Ziel von Heidigen Wer hat eine Anknarte? Verdammt Was? 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 Oh, ich hätte beinahe nichts gemessert Ja Die Bombe wurde platziert Oh, ernsthaft? Grenache Nein, ich kann da nicht weg Ich hab, ich hab an der Treppe festgehangen Du hieß genau mit dir in diese Ecke reingerollt Ja, ich häng an der Treppe fest, ich konnte nicht hoch Ja, egal Einfach nur Scheiße Nice Ah, mein Pyreum ist schön Ach lol, Dennis war schon tot? Ja, ja Ich hab ihn doch gemessert Ich hab ihn doch gemessert Ich hab ihn gemessert und bin an dem Messerium gestorben Ich wusste nicht weiter Ich war schon im Spot drin, wusste nicht wo er war Dann war irgendwie so mega verwirrt Aber naja Das Ziel verteidigen Das Ziel zerstören Das Ziel zerstören Sehr wohl Sehr wohl Oh, da war Nickels Ah, von hinten Oh, der sitzt oben auf diesem Kackdach drauf Bis du dich am Anfang schon gestorben bist, ist einfach nur mega lacken Sogar in Weidel 3A Ja Dann hat er ja ne Weidel zu laufen What the fuck? Oh, die Baustelle war Ja Ja, hab das nicht gesehen Ja, hab das nicht gesehen Der hat mich da runtergefallen, der war doof, ja Ich hab das nicht gesehen Die Eier Oh, das Blut Das hat richtig geplatzt Das hat richtig geplatzt Toll, nice Wo ist der Zweite? Da ist irgendwo Da Nein! Der andere da Weil die Pengel im Scheiß runterfallen Hallo, ich bin runtergefallen Du fuck Du Nein, das ist so low Fuck Messerduell Scheiße Wo ist die Waffe? 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 Ja Ärgerlich Max hat Spaß Ich hab Spaß Sehr, sehr ärgerlich Suchen und zerstören Das Ziel zerstören Bonde erlangt Außerbehindert Loll, da kommst du doch noch Darum kann ich meine Waffe nicht wechseln Was soll denn der Scheiß? Blöde Einstellungen Ich hab was hinter dir gehört, glaube ich Er ist, du weißt wo, ne Max? Weißt du wo? Du weißt schon wo Da, wo du nicht bist Irgendwo Also ich hatte ihn auf jeden Fall in deiner Nähe gehört Wahrscheinlich bin er bei seinem Bananen-Boot Bananen-Boot Spacko, Alter Wo ist Nickels? Das kann nicht sein, ey Nickels? Entschuldigung Er macht mich immer ganz leicht Ganz schnell Von Aufsatzpro umschalten auf Ähm Der kann sich ehrlich stellen, dass das kann aber nicht wahr sein Arschmann Schönesstens musst du nicht weit laufen Wenn er das mal nicht gehört hat, Max wenn er das mal nicht gehört hat Die Zeit wird knapp Bin aber zuversichtlich, Max hat wieder dieses Kribbeln in der Hand Richtig Ach, Mann Richtig Das hat gut geklappt Das hat gut geklappt Scheiße Da hat er's gesagt Hättest du nicht sagen dürfen, Mann, dann hättest du nicht sagen dürfen Wieso? Ne, wenn man mir sowas sagte, dann kann ich nicht Ja, okay, du konntest ja jetzt nichts dafür, seit ich lauf der Trappe abkommen Hä 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 Einer LLLLLLLLLL Ich glaub da war ich drauf Da warst du schnell drauf Alter Ey, Mann, Dennis ey WTF, erst anvisieren, dann zielen, oder was? Geht das überhaupt durch 2 Schüssel von der Scar zu sterben? Geht das überhaupt? Ich kann mir gerade echt seltsam vor, weil ich einfach nur so zack und dann war es weg. Das Gas ist halt echt mega schnell. Jetzt kommt es nicht mehr oder was? Nö. Nicht. Wo war er? Bei B wollte gerade planten. Das läuft. Ich habe ihn hinterlaufen und bin hinter ihm her. Die ganze Zeit. Wir warten beide bei B. Ich kann ja nichts machen. Wow, jetzt hätte ich fast dich erschossen. Barbershop wahrscheinlich. Bin mir aber nicht sicher. Nö. Die Granaten sind, äh, Blendgranate ist weg und ähm. Abgehen. Okay. Wir haben die Runde verloren, aber es ist noch nicht vorbei. Oh weia. Ich wusste nicht, dass du da bist. Das war Glück. Lol. Das kann man aber so sagen, ja. Ich hab ein gutes Bauchgefühl für so ne sache. Hast du, ist echt nicht mein Himmel, warst du krass? Ich hab ein gutes Bauchgefühl. Dum 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 dum. Ja, Patrick ist da. Ich wusste, Max versteht mich. Wir haben dich alle verstanden. Ey, bitte. Er geht oben lang. Oben lang. Nein! Nein, nein! Puh! Du bist wirklich nur durch meine Granate fast verlegt. Ja, ist richtig. Nein, ich bin wirklich behindert. Kuscheln schon fast, also wirklich. Behindert. Behindert. Schrotze direkt in die Fresse reicht natürlich nicht aus. Nein, wahrscheinlich nicht. Hast du ja gesehen, funktioniert nicht. Die Bombe wurde platziert. Ah, die haben schon geplantet. Ich habe geplantet. Oh, fuck. Richtig. Nein! Drüben auf dem Bananenhaus. Der ist unten. Unten im Hof ist er. Bananenhaus, Bananenhaus. Komm, wir sind mit drin wahrscheinlich. Nice. Da hast du viel zu viel Zeit gelassen, Dennis. Ja. Viel zu süß. Mach die ganze Zeit, wenn du sofort die Fuse tattest. Ja. Ja, der ist es angefangen. Nee, nur rücken. Oh, die schiebt mir ein Mikrofon nicht zu kurz. Desert mit Taktikmesser. Das ist eine Logik. Du hast es an mich ran geschoben. Ich habe es weggeschoben. Es kam auf einmal so in mein Bild rein. Entschuldige, bitte. Ich habe gerade verstanden. Er schiebt was in mich rein. Nein, er schiebt was in mein Bild rein, habe ich gesagt. Du hast in dein Gesicht gesagt. Oder in mein Gesicht. Ja. Na klar, schleicht er denn um die Ecke, Alter. Was denn? Ich bin nicht so billig wie ihr und habe hier... Nicht so billig, vor allem hat man ja gerade gesehen. Kannst du ja im Schneckentempo laufen und keiner mit rechnet. Ich kann mich nicht mit Ninja technisch hier ran sch... Nein, ich nehme das Taktikmesser da. Ruffi, ruffi. Lass ihn doch. Dig ist es ja auch so gut. Ist es eigentlich eine Diggle? Eine Diggle. Ja. Ja, ist Diggle. 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 Arne, musst du mich so erschrecken? Jetzt weiß er schon mal, wo ihr seid, danke. Er hat es letztlich gesagt, Arne. What the fuck? Nein, Nickels, was machst du? Ich bin in dieses Lied schüsselgesprungen. Siehst du, ich habe sie in Panik versetzt, Max. Ich wollte eigentlich mehr Sachen. Und der Spank, dass ich sie schreien. Ich sage nur... Was machst du denn da? Ja, ich bin in der Scheiß an der Lied schüsselgesprungen. Hättest du das jetzt nicht gesagt, Arne. Nickels Fell von High Place. Nicht geil. Schade. Der Lack kam langer Arm. Was ist das? Das kann man? Was ist das? Ich dachte, das ist ja... What the fuck einfach! Achso, ich dachte, ich dachte, du bist gestorben. Ich dachte, du bist gestorben. Hallo, Max. Hallo, Max. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe dich aus den Augen fallen und muss halt... Warum sagst du, nimmst du eigentlich meinen Namen, wenn du selber befreitest? Sorry. Das ist trotzdem traurig gewesen, dass du den ganz fest nicht jetzt offen hast. Max, ich würde sowas nie machen. Oli, nicht so. Das war echt schlecht. Ja. Der hat... Der hat gerade den Knopf gedrückt. Konntest gar nichts dafür. Konnte auch nichts dafür. Ich hätte... Soll ich schmucken oder was? Keiner war aber schon unten. Ich habe ihn fest. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, Fabela weiß das nicht. Nickels Lieblings, Matt Bombe liegt hier bei mir auf dem Dach bei B. Dennis? Toll. Wir konnten auch einen Schuss essen. Wäre lustig, wenn ich jetzt Max getroffen hätte. Ja, wäre wirklich lustig gewesen. Da kommen wir einen Schuss. Aber ich habe ja schon angelegt. Und eigentlich schon einen Schuss essen können. Ja, aber mit der Vector hättest du mich nie weggeholt. Nie. Oh, aber auch nur. Die Range auf keinen Fall. Nicht leicht. Nicht leicht. Wie ist kacke auf Range? Ach Gott. Ja, es war richtig gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Haut rein. Bis morgen. Tschö, tschö. Hab ich gehört, live. Tschö, tschö. Tschö, tschö.